Herzlich Willkommen wieder zu einer weiteren Folge hier auf der Neu-Vertal, beziehungsweise zum zweiten Teil aus dem Live-Stream. Hier mit dem Tiefloggerer haben wir das Feld 2, glaube ich. Hier ist das Thema Pflügen. Alles schön mit Head-Tracking hier und VCA, das mir quasi hilft, in der Spur zu bleiben. Wenn man nicht, wie am Anfang, vielleicht zu Psy und Tiefenloggerer hochhebt, dann kann man das da. Kur passt, genau. Die weitere neue Mods, was ich hier habe, ist die Work-Kamera. Da fällt mir ein, die habe ich hier gar nicht aktiv. Ob ich da überhaupt etwas einstellen muss. Kommt die Grenze unten mit dabei jetzt. Turn-Off, umschalt links und C. Umsteuerung C. Oh, das ist da. Könnte ich. Steuerung C, auch VCA, das passt nicht. Was mache ich denn da? Bitte für eine Steuerung. Sonst kann ich nur sagen. Für die Kamera, umschalt links. Okay. Komm mal hier. Komm mal auf Gamepad. Beziehungsweise Tastatur. Nehmt das hier weg. Umschalt links. Steuerung C. Umschalt links. Alt C, so war das genau. Aber ich möchte das gerne auf Gamepad anders machen. Mal gucken, ob der das bildet. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Da hinmachen. Turn-On. Ähm. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Das können wir jetzt noch mal die Steuerung machen. Hier. Da hat kein Angriff. Irgendein Ohne fällt. Ok. Ahhhh. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht gehen. Und zwar... So hier, Steuerung. Das war so nochmal. Dann kann man auch was auseinander. Ok, dann lasst uns mal die Kamera so. Und fahren dann mal weiter. Das kommt einfach raus. Ne, mehr ist lieber da auch nicht. Ist da hinten ok. Und wenn ich da jetzt hinbefahre, ist das ok. Ich bin da. Und... Ich lebe zu spät. Und ich sehe die Kamera hinten. Auch nicht schlecht, ne. Ich sehe, wenn ich runter bin. Da bin ich drüber zunächst auch. Aber... Aber... Ist... Wegen dem Rohr. Genau das wird dann halt einfach richtig... Gerät. Oder alles was man hier direkt nicht so sieht, ne. Das testet sich dann auch bei anderen Arbeiten auf der Welt. Wo es vielleicht Sinn macht. Und wo nicht. läuft. Und da wieder. Und da wieder. auf jeden Tag quasi. Da kann ich dann... Da kann ich dann... sehr gut. Sehr gut. So. Ja. Also... diese Block-Fehlermeldung allerdings nicht. Deswegen ist es für mich schwierig da... die Ursache für den Fehler rauszubekommen. Und da bin ich auf die Antwort von Giants gespannt. Ähm... Was die... Antworten, die ich dann die Fehler mal kontrollieren kann. Weil... Ähm... Der Fehler, der dort erwähnt wird. Der ist eigentlich... Gehoben... Keine Ahnung. Natürlich könnt ihr mir auch... Erfahrungen mit... Mod-Hub-Meldungen eurerseits mal... in die Kommentare einschreiben. Würde mich mal... ein bisschen was ihr es dafür... Rückmeldungen... Bekommen habt. Support, was auch immer. Habt ihr damit immer gut... umgehen können oder nicht. Jetzt mit dem... Wie gesagt, ist es schwierig. Wenn ich eigentlich alle auf... Space-Came... verweise, dass dann da noch... Fehler... kommen. Ich seh schon, ein kleines Gewächshaus braucht wieder Wasser. Aber... das bleibt auch noch morgen. Und wir haben... September, den ersten Tag. Genau. Und mit August beginnen wir ja immer. Und dahingehend... Was ist das hier? Genau. Man sieht auch noch ein bisschen Unkraut dazwischen. Das war halt hier natürlich auch schon... Hierbei... Genau. Eine weitere Frage... fällt mir gerade ein, was ich auch noch nicht... bestellt habe. Da vielleicht auch in den Kommentaren was schreiben von euch. Was haltet ihr davon, wenn am Anfang schon... bei so einem... einer Karte eventuell schon... ja, Früchte im Silo drin sind? Ob ihr das gut findet, damit ihr am Start gleich schon was habt. Also quasi... für die... oder generell was, damit ihr was... auf dem Silo verkaufen könnt. Um... die ersten... äh... Gelder einzufahren. Hab ich mir auch überlegt. Dass ich gleich zu Anfang schon ein bisschen... bestellt... den Silo zünden lasse. Genau. So. 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 Jetzt... das ohne die Work-Camera... Wir haben hier echt gut Platz. Oh... weiter geht's hier. Und... ja. Und... was jetzt auch... äh... die letzten Tage mal... äh... reinkam... das... Thema... äh... Monetarisierung auf YouTube. Und... da bin ich immer gespannt, was ihr denn davon haltet. Und... äh... das kleinere... YouTuber schon... äh... die immer noch größer als ich... äh... äh... das Thema Mitgliedschaft jetzt... äh... auch nutzen können. Das heißt, dass da... die Fans auch schon... aktiv werden können... beziehungsweise... der YouTuber schon... extra... Content... für... Mitglieder machen kann. Ähm... wer von euch ist vielleicht schon in den Genuss gekommen... hat das quasi... weiß ich... gemacht... würde mich mal interessieren... wie ihr das findet... oder sagt ihr... das ist eigentlich total unnütz... generell... das Thema... Monetarisierung... oder wie auch immer... bei YouTube. Wo ihr sagt... es ist an sich gar nicht so verwerflich... ähm... gut... es gibt ja die große YouTuber... die da wirklich... äh... einen Weibach machen... würde ich mal behaupten... aber so diese kleineren... die sagen... okay... äh... so habe ich eine Möglichkeit... Geld zu verdienen... um quasi meine... kleineren Unkosten... äh... zu decken... das heißt... äh... Kosten für das Spiel... und... und... vielleicht auch... für den Aufwand... wenn man... äh... vor allem... als Mapper... vielleicht aktiv ist... Mapper oder Mörder... ähm... ich stecke viel Zeit... in das Spiel rein... von daher... kann ich natürlich... ein bisschen was... zurückgekommen... aber... bin ich mal gespannt... was ihr da so... drauf antwortet... so... das kleine Stückchen... hier noch... was ich ganz am Anfang... habe... vergessen... noch... was... das Lichtchen... zurück... zum hoch... und... da... hier... noch... wieder... dann... so... 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 perfekt... würde ich doch behaupten... so... alles so hier... ab... so... gut... okay... schaff... und... dann... auch mit... hier... mal... bis... hopp... so... den... stellen wir mal... kurz hier... ab... so... so... den brauche ich natürlich... um... Wasser abzuholen... für... Gewächshaus... genau... so... hier... gestochen... so... wenn ich hier... die Kamera einschalte... ok... jetzt sehe ich das Ende vom Anhänger... ok... so... so... er wird befüllt... ja... ich stehe auf der Bremse... und... das war es auch schon für die zweite Folge... wir sehen uns... in der nächsten Folge... oder im nächsten Aufred aus diesem Livestream... bis zum nächsten Mal... euer Stefan... tschau tschau...